hey leute und willkommen zurück zu einer neuen folge von overwatch bevor es los geht noch zwei sachen einmal ich habe mein komplettes aufnahme zeugs noch mal neu gemacht also ob es noch mal neu installiert was ich zum aufnehmen benutze und ja jetzt läuft das alles flüssig habe auch alle einstellungen so genommen jetzt sollte es besser bei bildqualität haben also ihr merkt das natürlich nicht wegen youtube und so ich nutze immer noch die gleichen einstellungen aber ich nehme in bessere qualität auf und audio qualität ist auch jetzt besser weil ich mein mikrofon mit einem separaten programm aufnehmen obs regel die qualität irgendwie irgendwie ganz komisch runter oder dann hört sich das bei ob es komisch an vor allem in letzter zeit weiß nicht was da so passiert ist und ja und lex sollten auch nicht mehr vorkommen letzten folgen gab es immer so ein paar lex in folgen die sollten jetzt auch vollkommen verschwunden sein und die zweite sache ist ich habe endlich lucius es schiefen bekommen jahre lang habe ich versucht dazu bekommen na gut so lange jetzt auch nicht aber endlich habe ich es geschafft dank dem neuen update upgrade update ist das schön na gut dann hat natürlich auch noch der liebe db ff gg kanal vorgeschlagen dass ich mal sombra spiele ja dann würde ich sagen mache ich das einfach mal eine online mit größter käse und weiter weiß ich auch nicht mit meinem spanisch ist sombra überhaupt spanisch oder war das in ein anderes land ich glaube das war spanisch also habe ich ja alles richtig gemacht so und ich habe schon ein bisschen gespielt also eine runde habe ich gestern vorgestern vor ein paar jahren gespielt deswegen kenne ich mich jetzt voll mit sombra aus und so oder bin ich nicht wieder zurück okay fangen wir jetzt mal richtig an guckt da habe ich schon ein low life gesehen aber schon tot na gut dann wartet der trick ist nämlich so wie schleichen wir uns einfach von hinten an so unsichtbar und so und hier können wir noch so ein ding hinschmeißen damit wir fliehen können sind jetzt sehen wer kommen may may war gerade low life may slow life schade hat sich natürlich geheilt schnell fliehen so und niemand hat bemerkt ist das nicht toll weil das machen wir gleich noch mal noch mal hinschmeißen dann können wir das gleiche noch mal hier erledigen zum beispiel ein hat hacken können wir auch das ist auch lustig jetzt kann er nämlich sein schild nicht mehr aufstellen so den können wir auch noch töten warte und wieder geflohen mensch ich glaube ich fliehe immer viel zu viel aber das ach ja meine helder ich kann auch helfex hacken wir da sagen wird es low den weg töten da ne da komme ich nicht an der schon zu weit weg naja dann hätte ich hier mal die helfex und macht das und teil hin und schleichen na ne jank wird mache alle sein alt wird deswegen wie ich da und gerne jetzt direkt also hin soll das ein paar leute nein jank wird nein ist zu sagen wird es einfach viel zu gefährlich deswegen mache ich das mal nicht ich kann ihr auch mit diesem komischen ding anlocken da stehen die auch manchmal so ganz gerne einfach um um die ecke so den wollte ich eigentlich gar nicht hacken aber der jetzt weiß ich auch dass die torbion haben so ich mache einfach so wenig schaden moment nein nicht nein schütt mein ding war ist weg nein nein scheiß mei aber jedenfalls hat die war dadurch die töten können weil ich die so distracted habe und so um ja das hat sie nicht erwartet so meine alte mädchen so breit das ist richtig cool und wenn ich schleich mich mal hier wieder an oder kann ich hier ein paar leute hacken die die kann ich hätten aber die die hat eigentlich gar keine warte mei mei ist tot doppelklee direkt vor dem reinhard habe ich jetzt ein bisschen angst was macht der denn da steht einfach nur so doof rum okay torbion das ist ungut ich will gerne sein geschützt hacken aber das problem ist das macht so viel schaden deswegen ist es besser wenn man das geschützt einfach kaputt macht vor allem wenn das erst in der ersten form ist so jung wird hacken damit er nicht fliehen kann so wer ist da ach nur sind mercy und dann haben wir den checkpoint schon so nein war denn da shit das klatsche ich mal das sind oder kann ich ich kann ja mal doch ein bisschen mich von hinten hier anschleichen oder auch nicht für mich maniere nicht zu nahe kommen ge weg ich mich hasse nach menschen zerstört das natürlich wir alles na gut mercy könnte ich ein bisschen an der mitschen vielleicht tötet ihr sogar und mal die die pfade nein nein warte mercy 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 ja ich habe mercy down bekommen wo das war knapp da wo konnte ich da habe ich auch nicht so richtig geämt ich habe da nur so in die richtung und zum glück hat das ein bisschen gestreut erschossen deswegen konnte ich die noch irgendwie treffen so auch mal rein hat es low den könnte ich mal versuchen zu bekommen jetzt wenn er nicht schon nach so der schon gestorben gestorben ist ja alles okay so wir kriegen die gerade ganz gut dauernd ja gerade wieder überlebt und so mei warte mei komm schon für mehr hacken warte mei ja mei ist tot und okay warte 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 moment irgendwas macht mir schaden das finde ich nicht gut shit ey ich würde jetzt gerne nein 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 okay ich habe irgendwas getötet was ich eigentlich nicht wollte das problem ist nein komm schon ich will nein ich will doch nur ich brauchte doch nur heilung ich bin da irgendwie nicht rausgekommen so die haben natürlich mal wieder probleme zu meter das ist natürlich auch verständlich denn mit dem meter ist schon ziemlich doof so ich habe mein ding gar nicht geschmissen dann schmeiße ich das jetzt mal so und dann kann ich das direkt auch wieder hier hinsetzen so und dann kann ich ab mercy töten mercy 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 töten nein geh mal weg da fettes teil aber ich habe vergessen ich kann auch immer noch halbwegs hacken sollte ich mal öfter benutzen ist nämlich ziemlich mächtig so als tobians geschütz immer noch hier nie sieht nicht so da raus okay das ist gut ist gut online sein geschützt ist nämlich jetzt da das ist nicht so schön so hat die haben auch noch einen teleporter das finde ich nicht gut aber ich benutze mal hier meine altmet und sterbe dann natürlich kann jetzt genji alle töten dank meiner vorarbeit genji genji ja genji hat fast da genji hat ziemlich viele low gemacht dank mir natürlich und tanze macht und gibt den netzern heißt also dass das sieht schon mal sehr gut aus jetzt muss nur jemand hier die fracht bedingst und dann ist das alles optimal war das noch irgendwas low oder tod nice nice sagen jetzt tragen wir die fracht hier weiter und dann ist happy end würde ich sagen so was ist das denn ich habe das doch da drauf geschmissen wieso egal ich will ja auch nicht dingsen meckern und da stand ich einfach nur still ist natürlich auch nicht so gut das einfach so zu machen so ich glaube die gegner sind einfach zu schlecht ausgewählt oder mein team ist einfach nicht zu hat nicht so eine gute so einen guten aufbau wir haben nur einen heiler ein tank da kann man schlecht sommer spielen so reinhard könnte ich schnell töten moment der wird geheilt dann mache ich es doch nicht dann bringe ich die frage einfach zu diesem mini mikro checkpoint würde ich sagen nach einheit ist ja schon wieder einheit geht doch einfach mal weg nein ich wollte ihn hacken immerhin ist er jetzt gehackt das heißt er kann nicht mehr mit seinem schild nerven dafür nervt er natürlich mit seinem hammer hat er nachs ich sehe es gerade nicht welchen skin der hat na gut dann schlecht jetzt schlecht aber wir haben den mini checkpoint jetzt den mikro checkpoint deswegen sollte das eigentlich ganz gut laufen jetzt so konnte ich mercy helfen ja ich glaube ja ja so ich habe natürlich angst dass die hier jetzt so sind so rumcruisen das tun sie nämlich auch sollte ich ein bisschen doof warte hier das hänge ich mal damit die gegner das nicht merken auch mein mercy slow geht es nicht mehr na gut dann in grüß einfach mal so hatte ich hier hier wartet dass niemand deswegen kann ich das auch eigentlich wenn sie kommen ja die werden alle geheilt wegen dieser scheiß mercy gemacht weg geht da wollte ich die kurz hacken aber ich habe dann zu spät realisiert dass was steht das war jetzt unfair ich war unsichtbar menschen da hätte ich mich doch zurück porten sollen na gut machen wir das noch mal und versuchen wir ja erst mal die töten ich muss mal mit einem team laufen hier oh gott was ist denn hier los das müssen wir kaputt machen am besten warte und das ist down nice so so guck mal die fracht ist ja schon hier vorne was war das denn egal ich platsche mal mein ding so unpassend wie möglich hin so ja genau das ist der der legend den ab hier ist noch ein junk red low okay junk red natürlich auch mal hier hacken und dann töten online die haben online oh nein oh okay da konnte ich kurz fliehen nein 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 die alte mail benutzen und dann vielleicht hilft es dem team mal ja komm mal einer ist schon dadurch gestorben aber nur einer deswegen hat es irgendwie nicht so viel gebracht auch komm schon komm schon das schaffen wir ja 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 komm schon wir kriegen sind oder kommt da ist kein gegner gerade zwei ein meter noch ein meter 80 noch und ein meter 80 immer noch ein meter null und wir haben es geschafft easy alter dank meiner hilfe natürlich mit meiner silber heilung oh ja nice nice so uh nice uu nett mensch bin ich gut leider nicht highlight bekommen mensch der hanso was hat er gemacht sein hat man benutzt oh wow hätte ich echt nicht gedacht ein doppel kill und deswegen war es geschützt hat ich mehr hat mich ja schon gewundert hat uns ja ja schön 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 so jetzt auf einer kontroll map da sind meine health packs so sehr sehr viel nützlicher das heißt da freue ich mich schon mal auf einem easy win so wo sind denn die gegner das macht mir ein bisschen angst dass ich nicht weiß wo die sind so da ist einer und da ist ein affe aber ich kann nicht durch die berrieren hacken das ist natürlich dass das ja mist und ich werde ich ich flieh mal eben schnell ich habe ich ja mein health pack gehackt okay das brauche ich eigentlich überhaupt nicht so das kann ich auch noch damit die gegner das auch nicht bekommen vor allem so bekommt ach so warte hier das ja genau wir haben wir haben schon so dann kann ich den noch hacken und dann wieder direkt genau der auch noch easy peasy hier alles also easy also ich weiß jetzt nicht wo das problem liegt das sieht irgendwie über komisch laus aber ist natürlich nur der affe der hinterher hängt der heck natürlich nicht geht er hat ein bot heck oh nice da habe ich einen getötet weil das hätte ich auch noch damit die gegner überhaupt keine heilung mehr bekommen ist nämlich sehr lustig so also da brauche ich gar keine heilung geht das hat mich zum glück nicht getroffen so das hätte ich noch mal nein das wollte ich eigentlich nicht hacken egal so ein bisschen trash damage hier aufhauen trash damage ist nämlich immer gut okay da habe ich ein bisschen angst von affen affen sind nämlich nie gut so den tracer habe ich gehört so ja ja jetzt kannst du nicht mehr um blinken ne 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 okay da fliege ich mal easy alter outplay leite also wie ob wir jetzt muss man eigentlich sein das weiß man doch dass man richtig noch kummer der deutschland der wollte sich heilen und dann war dann traurig dass er nichts bekommen hat menschen mit spoilt so dann hätte ich den mal aus keinem bestimmten grund weil ich so so ein witzbeut kummer des bin so jetzt ist ja auch schon tot nice ey dieser runde läuft viel besser gerade war der tracer tracer gehackt ist immer lustig wo ist sie wo ist sie und das muss auch noch wieder gehackt werden ich werde nicht das tracer oder so was für ein da 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 hat wieder keine heilung bekommen der junk red der ist auch schon wieder tot den wollte ich ja eigentlich töten aber der war schon so low dass er von alleine gestorben ist doch 88 99 prozent okay jetzt haben die zwei heiler aus irgendeinem grund waren die schon vorher ist auch egal nein mercy das finde ich nicht gut so ich hack die mal alle ich fliehe ich fliehe war das knapp war das knapp okay mercy slow die wicht töten oder auch nicht ich töte doch nicht warte wie ohne als der abwärts zum glück nicht auf den punkt gesprungen nun 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 so die zweite runde sollten wir auch easy peasy gewinnen soll immer schön die helfex hacken so hier gibt es ja ziemlich viele ineinander so dass ein wobei jetzt direkt schon ab wird ja den ich schaden machen kann auch mal hier ich gehe weg das ist mir zu viel da so das kann ich noch mal hacken so aber der abwärts da immer noch unser ne der gegner schon lustig ist gestorben das ist schön so ich muss mal auch mal der deutsche slow down low der ist nicht da und nein geht mal weg für dich und finde ich nicht schön kriegen die gegner jetzt den punkt das finde ich auch nicht so gut nein der affe muss weggehen komm schon krieg heilung ja easy so der ist immer noch nicht dauernd ach shit er hat einfach viel zu viel leben was passt ja passt natürlich nicht durchs fenster vielleicht kriegen wir haben wir den punkt nicht ganz am anfang aber wir werden den früher oder später noch bekommen und wir haben jetzt ein rotok das ist vielleicht das problem so mein item ist aber auch gleich schon wieder bereit ist ja ziemlich fix so dann ich wollte mich gerade anschleichen und wer so jetzt aber so genau wir nehmen punkt jetzt ein warte wem soll ich zuerst hacken ich wollte jemanden hacken nein 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 überhaupt nicht knapp oder so nein so jetzt haben wir den punkt danke sehr so nein 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 das finde ich ungut erst mal alle hacken und ja nice das war gut das war gut das war ein guter hack glaube ich das war sehr gut guck mal jank natürlich auch noch heiße ich nicht getötet aber der war auch low und cool 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 dann kann ich da oben vielleicht meinen teil hinlegen na gut da ist das sieht auch gut aus sondern stehe ich mich mal dran weil es heute noch schade so lustig wenn ich das heck hätte ich davor schon so natürlich war eben wo kommen mercy und ein genau trommelfeier und die wissen gar nicht weit nein 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 ich gehe mal schnell weg ohne ein vorsicht gegen hergärten nein ich noch so warte was macht er denn da erst mal schnell töten dann kann ich ja noch hacken so dass das läuft doch richtig richtig dass das läuft richtig gut das läuft viel viel besser als gedacht so vielleicht kann ich ja jetzt ein teil da mal draufschmeißen und erf ist da sind natürlich mal eben so ich lege das immer aufs dach ne diesmal auf dieses dach zum glück habe ich danke kurz drauf geguckt dann habe ich nämlich den schlankbett von oben runter springen sehen gesehen gesehen tun tun ist auch solcher okay ist down schade ich dachte ich hätte jetzt ein key bekommen war natürlich nicht ok mein winzen so kriegen die es noch hin die gegner ich glaube nicht ich glaube wir haben ganz klar glasklar gewonnen okay ja da schade der ist wieder zurück sprung weil er kriegt schade nicht mehr vor seiner alte welt und ist ja natürlich genial gewesen okay so ja geh mal weg scheiße soja der office down so los für noch hätten genau wie sie wie sie gehen wir weg da und nein dieser winzen will mich aber auch tot sehen nicht mit mir so jetzt habe ich mein alt mit aber so glaube ich verschwendet soll der rotom muss noch weg der ist gleich da und auch mit rumgeschleidt nein da kommt hier vielleicht noch jemand rum oder so sieht nicht so aus erwartet da haben wir es geschafft easy peasy alter zwei runden schon direkt gewonnen mit somber also somber ist echt ein easy charakter so und so und so ein easy win character auch wenn ich jetzt keine gold medaille habe oder doch doch natürlich habe ich gold medaillen in heilung zum beispiel ich bin durch das ein healer so ein supporter der kennt ja ein paar leute gespawnt kämpft ist natürlich auch lustig dass die supporter auch in einer zusammenhauf umgelaufen sind war auch schon ein bisschen komisch auch guck mal ich werde hier sogar aufgelistet weil ich der beste bin ich bin übrigens der beste man nennt mich auch der beste so schön schön der wie ich schon gesagt habe somber wurde mir forschung geschlagen wenn ihr mal jemanden sehen wollt den ich spielen soll dann sagt es mir doch mal somber ist jetzt schon ziemlich aufgestiegen mit 41 minuten ist das schon einer naja habe ich schon mehr gespielt als andere wieso habe ich wurde mecker so viel gespielt na gut wer wen habe ich noch gar nicht gespielt ja vielleicht kann ich ja die nächste runde mal mehr spielen ja kann ich ja mal machen ich kann auch versuchen mal mit rissa leute runter zu stoßen kann ich ja mal bei der map sehen wenn man bei der map jemanden runter stoßen kann dann kann ich auch rissa spielen also das war es dann mit dieser folge wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss tschüss